Die BLS begrüßt Sie in der S3 nach Lies-Zollikofen und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt, Brück. Le BLS vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage dans le S3 en direction de Lies-Zollikofen. Prochain arrêt, Brück. Brück. Studen. Busswil. Lies. Suberg-Groß-Erfoltern. Wir treffen in Schöpfen ein. Dieser Zug fährt weiter ohne Halt bis Zollikofen. Grund dafür sind Bauarbeiten. Reisende Richtung München-Buchsee. Steigen bitte auf den Bahnersatzbus um. Wir danken für Ihr Verständnis. Wir treffen in Zollikofen ein. Dieser Zug endet hier. Grund dafür sind Bauarbeiten. Reisende Richtung Bern-Belb steigen bitte um auf die S8. Achtung! Dieser Zug wird geschlossen und weggestellt. Die BLS begrüßt Sie in der S3 nach Lies-Biel und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt. Schöpfen. Le BLS vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage dans le S3 en direction de Lies-Bienne. Prochain arrêt. Schöpfen.